Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Wir sitzen hier wieder in einem schnieken kleinen Bus. Ich habe keine Ahnung in welchem. Wir sind hier auf der Route in Otterrock Dam. Ich habe hier mal eine kleine Route gebastelt, die hier so durch Otterrock Dam führt, womit wir eigentlich so ziemlich fast alle Haltestellen am Start haben. Und schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen, dass wir hier auch Otterrock Dam auf die nächste Stufe kriegen. Jawoll, so zack, geht schon gut los. Da haben wir schon den ersten. Hi. Jawoll, erste Haltestelle konnten wir schon mal leveln. Das ist doch schon mal geil. Schon mal richtig gut. Finde ich nice. Gefällt mir. Sehr schön. So, weiter geht's. Die alte Brücke. Jawoll, da ist die alte Brücke. Da wollen wir nochmal hin. Ja, wir schauen mal, dass wir hier so weit wie möglich kommen. Es ist keine lange Route. Es ist auch keine ausgeglichene Route. Es ist einfach nur eine herkömmliche Standardroute. Also ohne hier, also ohne dass sie ausgeglichen sein muss oder ohne dass die hier auf Tageszeit hier eingestellt ist. Also Hauptverkehrszeit. Es ist einfach nur eine normale. Ich fahr die jetzt Route, weil anders ging's nicht. So, jemand ist eingeschlafen. Da sollten wir doch direkt mal weg gehen. So, Entschuldigung. Wir müssen aufstehen. Dankeschön. Hier schlafen ist hier ein Muss nicht. Ey, oh Mann, ich wollte mich nicht hinsetzen. Mann. Oh, kann ich nicht? Ah, jetzt. Ah, guck, siehst du? Wollten sie mir... Ah, ja. Ah, mhm. Wollten sie mir verheimlichen hier, die Leute, ne? Was mit Ihnen, Sir? Haben Sie ein Ticket, Lady? Und du? Ja, okay. Alles klar. Ach, hier sitzt ja auch noch einer. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Und weiter geht's, damit wir hier nicht noch später kommen. Hallo? Hallo? Können Sie sich entscheiden, fahren oder nicht fahren? Danke. Der Otterbau in Otterrock Dam. Aber wie gesagt, das ist halt eine sehr, sehr kleine Route. Ja, was? Hit the Speed, Bud? Ich bin doch gebremst. Für mich habe gebremst. Deutsch gerade on point. So, auch hier können wir ausbauen. Jawohl. So, also es geht. Jawohl, Otterrock Dam auf Level 4. Es geht also quasi hier immer nur hier im Kreis. Na, die Haltestellen, weil das sind die, die noch nicht ausgebaut sind. Zumindest noch nicht auf Stufe 4 waren. So, wir haben nämlich zwei Haltestellen, glaube ich, sind schon auf Stufe 5 von der Strecke. Also müssen wir eigentlich die hier nur noch hochpushen. Äh, und dann sollte es eigentlich auch schon reichen, dass wir hier am Start sind. Ich habe auch nur einen einzigen Bus hier auf der Route. Weil, äh, ja, was soll ich hier jetzt noch zig Brüste draufstellen? Hat erstmal keinen Sinn gemacht, weil ich, oh, ich fand schnell, okay, Entschuldigung. Äh, weil ich halt, äh, auch noch nicht weiß, bleibt die Route bestehen oder nicht? Oder schmeiße ich die irgendwie wieder raus? Keine Ahnung. Sollte sie doch drinbleiben. Sind sie blind? Dann, lassen wir mal schauen. Warum, das sehe ich jetzt gerade erst, warum ist das hier auch auf Meilen pro Stunde eingestellt? Muss ich gleich mal eben umstellen. Das wäre hier nicht richtig. Oder hat er das jetzt vom Tram-Simulator übernommen? Das wäre natürlich auch ziemlich dumm. So, okay. So, hier passiert sogar nichts. Gehe ich mal eben in die Einstellung. So, oh, Entschuldigung, Moment, ich mache die Tür wieder auf. Stimmt, ich steige nicht aus, wenn ich im Menü bin, sorry. War nicht mit Absicht. Wer noch raus möchte, kann gerne noch aussteigen. So, das war auf Karte basierend eingestellt, deswegen hatte ich jetzt hier Meilen pro Stunde. Ja, nice. Steht immer noch auf Meilen pro Stunde. Okay, irgendwie übernimmt das nicht. Entweder ist es verbuggt und es steht jetzt, also ich habe es auf KMH eingestellt. Scheint aber die KMH jetzt zu zählen, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Egal, wir fahren jetzt mal weiter. Zur Seeblickterrasse. Wie wir ausbauen dürfen. Jawohl. Zack. Sehr schön. Das gefällt mir, ne? Das ist richtig geil. Je mehr hier ausgebaut werden kann, desto besser. Von daher, alles gut. Herrlich. So, weiter geht's. Vielleicht reicht es ja sogar schon, wenn wir alle Haltestellen auf Level 4 haben. Könnte ja sein. Laufen. Soll das. Schlendert hier einfach über den Zero-Streifen. Ich glaube es ja. So. Jawohl, genau. Alle raus mit euch. So, die Halbstelle können wir leider noch nicht ausbauen. Egal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Äh, warte mal. Doch, können wir ausbauen. Geil. Die noch nicht. Die auch noch nicht. Die geht schon. Warum auch immer. Ey, könnte das nicht sogar schon reichen? Ne, Level 5. Äh, Level 4. Schade. Äh, gut. Okay. Kriegen wir hin. Ja, hier, die ist auf 3. Da muss ich irgendwie anders noch fahren. Aber dann müssen wir die anderen Haltestellen jetzt einfach hier ein bisschen pushen. Kein Problem. Kriegen wir geregelt. So, wo geht's lang? Ich würde fast behaupten, hier lang. Jawohl. Nächster Halt. North Avenue. Die North Avenue. Zur ersten Haltestelle. Gut, wenn wir alle anderen Haltestellen auf 5 kriegen, wow, what a bang. Dann sollte es eigentlich auch mit der Level 3 Haltestelle da reichen. Aber die war absolut nicht anzubinden. Vor allen Dingen ist die sowieso voll mit Routen. Und wie siehst du, zack, hier nächste auf Level 4 läuft. Reicht immer noch nicht. Schade. So, einmal Kinder- und Jugendticket. Bitte schön. Gerne. Einfache Fahrt, bitte. Ah ja, Kinder- und Schülerfahrt, mhm. Hallo. Jetzt. Okay. Eine Fahrtkarte, bitte. Gerne. Manche Musikgenres von All Directions gefallen mir besser als andere. So, bitte schön. Und weiter geht's. Da wollen wir nochmal schauen, dass wir hier möglichst schnell haben. Und das gleiche habe ich dann halt auch unten in Botfalls gemacht. Auch nochmal so eine Rundkreisstrecke gebaut. Die allerdings, was länger geht, weil sonst konnte ich die Haltestelle da nicht anbinden. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh, okay. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Mal fahren, ne? Kein Problem, kriegen wir hin. Bis wir den jetzt hier auf Level 5 haben. Wahrscheinlich noch zwei, drei Runden. Halt. So. Jetzt. Oh, danke. Der neue Lo-Fi-Sound von Raiji ist du und du. Gerne, kein Problem. So. Auf geht's. Alter, die fahren aber auch hier, ne? Wie die Wahnsinnigen. Die alte Brücke. Da sind wir auch schon wieder. Alter, das ist echt eine relativ zügige Strecke. Finde ich aber ganz gut. Damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen, ne? Wir müssen ja hier auch noch im Bussimulator, da müssen wir ja auch noch Bahn fahren. Da haben wir ja auch noch einiges an Aufgaben zu erledigen. Da müssen wir auch nochmal gucken. Natürlich ein bisschen blöd, weil wir ja einen Tramsimulator haben. Aber gut, egal. So, was ist hier los? Alter, was macht ihr hier? Ich stehe nicht gut, aber ich stehe. Scheint ja niemanden zu interessieren. Okay. Genau, fahr du mal da weg. Dann kann ich mich hier hinstellen. So, zack. Da steht ein Rollifahrer. Die baggen hier auch überall so leicht in den Boden rein, ne? Was ist mit der Scheiße hier los? Mit dem Fahrkartenautomaten? Irgendwas funktioniert ja nicht so richtig. Was ist mit dir? Freut ihr auch an? Rein oder raus? Guckst du, blöd, ne? So, tschüss. Und zu die Hütten. Wo halten eigentlich hier die Busse? Jetzt mal eine Frage am Rand. Ist ja nicht normal, ne? Dass wir da mitten auf der Straße halten. Also irgendwie ist der Bussimulator mittlerweile irgendwie ein bisschen buggy. Habe ich irgendwie immer so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo hakt es da manchmal. Also sei es, dass die Leute im Boden baggen oder jetzt wie... Dass die Busse da quasi nicht die Haltstelle anfangen, sondern nämlich da draußen stehen bleiben. Ach, guck mal. Jetzt steht da unten auch KMH. Jetzt wird sie aber umgestellt. Wie lange, langsam muss ich denn über diese Bremshügel da fahren? Was soll denn das? So, in abgeseckter Position angefahren. Ach ja, okay. Ein Fahrgast hat den Wertgegenstand vergessen. Wo, 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 wo? Aus dem Weg! Warum bin ich die Eier? Das war der Wertgegenstand. Ach so, warte mal, der muss raus. Moment. Was sagt das nur einer? Laut Fahrplan sind wir zu spät. Ja, ja, easy, kein Problem. Kriegen wir hin. So, jetzt gucken wir erstmal hier die Leute vom Zebrastreifen. So, auf geht's. Äh, guck mal, so viel zu spät sind wir gar nicht. Läuft schon. Was ist hier eigentlich für den Verkehr? Für den Stau? Aber Ferien? Nicht, dass ich wüsste. Wobei doch, ich glaub Bayern, ne? Pfingstferien oder sowas. Gab's da nicht mal irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich unfair. War das ein Geist? Hm, das war ein Kuiibu. Das Schlossgespenst war das. So, okay, jetzt ist es genehm, ja? So um die 20 muss ich da drüber fahren, okay? Wow, der war auch schon wieder ganz knapp. Ja, wollen wir mal schauen, dass wir hier die Haltestellen so schnell wie möglich hier hoch durchpusten können. Das Wasserkraftwerk. Jawoll, wow. Okay, wie sieht's aus? Ja, einmal müssen wir noch. Kein Problem. Oh, was? Nee, ich hab gar nichts. Ich bin nur geriert. Ach, verdammt. Frag mich schon nicht sowas, wenn ich ja noch auf der Map bin. Was soll denn das? Das war ja jetzt dumm. Naja gut, egal. Kann man sich ändern. Ist halt passiert, ne? So, fahr mal. Die Seeblick-Terrasse. Jawoll. So, hoffentlich fragt mich jetzt keiner was. Hier ist noch weit, ne? Hier müssen wir noch lange fahren. Das ist nicht so geil. Alter, was macht der denn da? Voll der Wahnsinnige. So, zack. Einmal hier rüber. Jawoll. Und raus mit euch. Die ist wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, das sind halt die Haltestellen, wo wir jetzt gucken müssen, ne? Guck mal, die hier ist gerade erst auf vier gelevelt worden. Uh, er ist richtig übel. Aber egal. Ist nur durch, ne? Dafür ist es eine sehr schnelle Runde. Und das kriegen wir eigentlich relativ zügig hin, würde ich sagen. Fahren jetzt noch mal. Und das ist eine Fünf-Sterne-Strecke, ne? Oh, das wird nichts. Na komm, Lenk. Jawoll. Gerade so funktioniert. Runter für die Straße. So, zack. So, rein mit euch. Alle drin. Das müssen wir da ein bisschen Zeit gut machen hier. Uh, der hübsche Bussfahrer, ja. Ich hab für hübscher Bussfahrer gehört. Da hab ich mich direkt angesprochen gefühlt. Der Aussichtspunkt, äh, Aussichtspunkt Bridgewatch. Wir könnten den Aussichtspunkt mal hier leveln. Einmal noch. Einmal müssen wir hier noch vorbeifahren. Ich frage mich, wie viel Haltestellenbedarf ist, die wir dann auf Level 5 haben müssen. Damit es reicht, ne? Aber gut, das werden wir ja rausfinden. Vielleicht haben wir auch Glück und kriegen eine Haltestelle hier schon fertig. Also, wir sehen noch, äh, also, ne, wenn das mit der nächsten Haltestelle irgendwie passt, wäre schon geil. Bezweifle ich zwar. So, das ist hier so eine andere Route, Route 11. Die fährt auch hier lang. Könnte man theoretisch auch nochmal auch verwenden, um die anderen Haltestellen zu leveln. die wir hier noch haben, falls wir es benötigen. Guck mal, die halten hier mitten auf der Dingensphäre, nicht in der Buschspur. Jetzt muss ich natürlich wieder warten, ne? So, mach voran, Kollege. Tür zu. Und Abfahrt, jawohl. So. Jawohl. Laut Fahrplan bin ich zu spät, ja, weiß ich. Ein Fahrgast möchte eine Karte, kein Problem. Kann er haben. Ein Rentner-Zickel. Ey, ich hab hier voll die Probleme immer wieder, dass er hier die den Fahrkartenautomaten nicht akzeptiert. So, bitteschön. Ach so, hier. Euro noch. Kein Problem. Tu auch noch, oder was? Oh, Leute, ey. Könnt ihr lesen? Laut Fahrplan bin ich zu spät. Nur hin, bitte. Oh, Alter, und noch einer. Ist so nicht mehr normal. So, alle jetzt drin? Dankeschön, danke schön. Komm, hier tausend Leute mit einer Fahrkarte. Was macht der denn da? Fahr doch mal. Was stimmt bei dem nicht? Ich muss zum Auto-Bau. So, cool. So, cool. Der Bus fährt direkt ab. Das finde ich gut. Muss ich also da nicht warten. Hier sind echt viele Bus unterwegs, ne? So, absenken und auf die Hütte und die Haltestelle können wir auf Level 5 pushen. Jawohl, sehr schön. Eine Fahrkarte, bitte. Reicht aber immer noch nicht. So, einmal Ticket hier. 2,80, bitte. Und wir fahren weiter. Direkt ein Schnelldurchgang hier, ne? Wir müssen ein bisschen Zeit gut machen. Zum Wasserkraftwerk. Aber schon mal gut, dass wir wieder eine Haltestelle mehr auf Level 5 haben. Das ist schon mal hervorragend. Da können wir nochmal schauen. Jetzt funktioniert auch der Tacho da unten wieder, richtig? Was? Falsch in eine Einbahnstraße gefahren? Bist du dumm? Okay. In was für eine Einbahnstraße soll ich gefahren sein? Frage für einen Freund. Naja, gut. Egal. Nehmen wir das jetzt mal so hin, ne? Aber, Freunde, ne? Ihr wisst, nicht gegen die Einbahnstraße fahren. Keine Ahnung, wo ich da gegen eine Einbahnstraße fahre. Ich feiere nur die Route hinlang. Und auch hier auf Level 5. Sehr schön. Reicht dann immer noch nicht. Verdammt. Ja, wir müssen noch ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen. Da fährt kein Weg dran vorbei. Mein Hund kommt aus dem Schwimmen immer und freut sich auf meinem Handtuch trocken. Da würde ich mich aber freuen, wenn mein Hund das auf meinem Handtuch macht. Die Seeblick-Terrasse. Die Seeblick-Terrasse. Man kennt sie. Die Terrasse, wo man den Seeblick genießen kann. So, dann wollen wir mal gucken. Können wir jetzt hier auch nochmal leveln oder nicht? Zuck mal her. Leider nein. Dann gucken wir nochmal eben. Ah, nächste Runde. Dann sind wir am Start. Und weiter geht's. Margaret Lane. Ne, Loggers Lane. Genau. Alle raus mit euch. Ja, reicht auch noch nicht. Auch beim nächsten Mal. Aber wieder 5 Sterne bekommen. Nice. So, wollen wir mal gucken. Na komm. Was macht ihr da? Fahren. Ja, okay. Dann fahr ich. Dann, wenn du nicht willst, dann leider nein, leider gar nicht. Weil ich hab da für sowas keine Zeit. So, jetzt fahren wir nochmal eine Runde, würde ich sagen. Und hoffen da drauf, dass wir dann hier einmal durchgekommen sind. Jetzt mit Level 5 dann. Die North Avenue. Rollstuhlfahrer dabei. Ich konnte jetzt keinen sehen. So, rein mit euch. Wie sich hier um die Sitzplätze prügeln. Mein Sitzplatz da. Hier, guck. Zack. Und schon wieder ist das Cursor weg. Keine Ahnung, was das soll. Bitte, kein Problem. Dankeschön. So, einmal ein einfaches Ticket. Gerne. Auch wenn du irgendwie nicht nach einem Kind auslachst. Aber hey. Was soll's. So, 300 Sekunden sind wir schon wieder zu spät. Kann ja gar nicht sein. Der Aussichtspunkt Bridgewatch. 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 Tut mir leid, ich komme etwas später. Alles klar. So, Moment. Sie musste die Haare waschen. War auch übelst notwendig. Und hier sind wir auch auf 5. Nice. Reicht's. Nein, immer noch nicht. Verdammt. So. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. Ich hoffe einfach auf diese Runde. Wenn nicht, dann muss ich mir andere Strecken noch, oder andere Heizstellen, die noch anfahren oder noch höher pushen. Gibt doch Opa hier mit der dicken Kohle, ne? Und noch ein Rentner-Ticket. Jawohl. Freunde, ihr wisst, dass ich hier zu spät bin, ne? Kommt. Rein mit euch. Rampe rein. Und Abfahrt. Jawohl. Zur alten Brücke wieder. Lass uns die alte Brücke leveln. Kollege. Hoffen wir mal, dass wir die alte Brücke leveln können. Die ist so alt, die muss gelevelt werden, die Brücke. In Köln werden auch gerade alle Brücken gelevelt. Voll nervig. Ah, ne, jetzt hält der erst der an, ne? Das ist so dumm. Das ist richtig dumm. Weil er steht jetzt hier. Ah, richtig dumm, ey. Ich hasse das, ne? Warum kommt der eigentlich immer zeitgleich mit mir an? Was soll das? Fahr. Weg da. Ich glaube, ich lüge. So, zack. Ja, zu spät. Ich lüge aber schon wieder an dem anderen Bus. So, schönen Tag. Kinder und Juppen. Oh, Mann. Das ist so nervig. Ich sag ja, und das ist genau das, was ich meine, wo ich das Gefühl habe, dass es hier irgendwie ein bisschen buggy ist mittlerweile. Keine Ahnung warum. Ist ja nicht mal normal, dass wenn du ein Ticket anklickst, dass dann immer wieder quasi der Cursor dann da weg ist. Sollte ja nicht so sein, ne? So, zack. Jetzt werden wir mal nicht rumgeholt, dass ich hier über den Bumper gefahren bin. So, komm, man kann in Ottobau wenigstens level kommen. Immer noch nicht. Braucht er die Rampe? Der ist denn hier eingeschlafen? Nein, schon wieder den Sitz benutzen. Ah, Mann. Hallo. Aha. Schlaf schützt dich auch nicht vor Ticket kaufen, ne? Das brauche ich auch. Damit du Bescheid weißt. Auch das wird geahndet. Aber hauptsache, die Kaffeekasse ist mal wieder ein bisschen gefüllt hier. Ich hube lieber mal. Nein, aber nicht, dass sie jetzt einfach unverhofft, die da über den Febrastreifen rennt. Man kennt es. Wie die zum Beispiel. Ah, alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Den ist schon bewusst, dass, äh, vom Bus angefahren wird, ne? Schon wehtun kann. Fragt für einen Freund. Oder ich mach' ne Auslage für nen Freund, sag' ich mal so. Der Blicke, der nervt. So, auf geht's. Ah, steht schon wieder am Bus da, ne? Gibt'n Krise. Am Wasserkraftwerk. Ich steig' ja grad erst mal aus. Kommt, voran da. Welche Route ist das? Route 8. Jetzt mal ne andere Frage. Warum hat der eigentlich keine Beklebung? Okay, den Bus da auf Route 8 muss ich mir aber noch mal anschauen. Aber das stimmt doch da nicht. So, wie sieht's hier aus? Den haben wir gerade gelevelt. Alles gut. So, schließe die Türen vor der Abfahrt. Nein, wir fahren hier Cabrio. Wir fahren offen. Ich bin nicht an der Haltestelle vorbeigefahren. Was soll denn das? Oh, nee, ne? Ja, dadurch ist es gerade gar keine Zeit, wie? Vielleicht am nächsten Halt, wenn das Bestein noch reicht. Oh, jetzt steht da bloß auf Villa. Dieser blöde Bus nervt. Ah! Ich hab' verstanden. Verdammt. Ich hab' den Rollstuhlfahrer vergessen, dich rauszulassen. Ja, moin. Sorry. Passiert schon mal. Das hast du schon wieder nicht gehört, ne? Dass er gesagt hat, bitte lassen Sie mich raus, ne? Hey. 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 Und immer noch auf Level 4. Verdammt. Okay, und weiter geht's. Komm. Lauf mal am Bus vorbei. So, Logos Lane. Jawoll. Auch wenn wir zu spät sind. Verdammt. Na ja, was? Moment. Die ist schon gelevelt. Sehr schön. Warum kommt man die jetzt schon wieder leveln? Verstehe ich nicht. Aber vorhin, das reicht immer noch nicht, ne? Das reicht einfach immer noch nicht. Ich werde hier nochmal eine Runde fahren mit einem anderen Bus, der jetzt hier irgendwie ankommt. Ja gut, okay. Jetzt kommen da gerade zwei Busse an. Das wäre natürlich Premium gewesen, ne? Weil die Haltestelle hier ist auf Level 3. Und das ist echt übel. Da werde ich nochmal fahren. Mal gucken. Und, äh. Weil sonst muss ich jetzt hier immer weiter im Kreis fahren. Wir brauchen halt die andere Haltestelle, ne? Führt keinen Weg dran vorbei. Egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier in der nächsten Folge erledigt haben. Und dann in Woodfolgs angraufen können. Ich hoffe, bis demnächst. Und ciao, ciao.